moin zusammen heute zeige ich euch ein neues produkt und zwar ist das von alvin auto das ist aus dem ausland ich glaube ursprünglich aus italien wie man hier sehen kann das habe ich im ausland gekauft und ich möchte mal probieren ob man damit seine reifen hier bisschen zum glänzen bringen kann mal schauen ob es klappt so reifen empfänger sind sauber und leider nicht ich weiß nicht ob man das jetzt einfach mal so drauf ich mache mal extra die hälfte ist genauso bläulich der inhalt selbst das ganze müsste man mal einreiben was dann also wie man sehen kann viel tut sich das nicht habe zum vergleich auf der anderen seite richtige richtigen glanz und so richtigen spray wenn es interessiert dieses spray kostet nun euro und das habe ich aus dem balkan also ein bisschen klein unterschied kann man jetzt sehen aber jetzt eine wirkliche reifen aufwertung sag ich mal oder eine verbesserung dass das frischer ist würde ich nicht sagen das könnte man vielleicht auch mit wasser hinkriegen wenn das video gefallen hat lasst doch gern leichter auch gern abo und bis zum nächsten video